Im November 2022 gaben Steff Jerkel und Peggy Jerufke überraschend ihre Trennung bekannt und sorgten damit für großes Entsetzen bei den «Goodbye Deutschland»-Fans. Nun spricht Steff erstmals über die Gründe, die zur Trennung führten. Mallorca, seitdem Peggy Jerufke und Steff Jerkel im November 2022 völlig unerwartet ihre Trennung bekannt gaben, hoffen viele Fans von «Goodbye Deutschland» auf ein liebes Comeback des einstigen Traumpaares. Weshalb sie sich nach über 24 Jahren Beziehung plötzlich getrennt haben, verrieten die beiden nicht. In der neuesten Folge der Auswanderer-Show spricht Steff nun erstmals über die Gründe, die zur Trennung führten. Seit 2014 gehören Peggy Jerufke und Steff Jerkel zu den beliebtesten Mallorca-Auswanderern von «Goodbye Deutschland». In der Sendung bekamen Fans einen intimen Einblick in ihr Privatleben, den nach Jahren endlich erfüllten Kinderwunsch, sowie den Höhen und Tiefen des Auswanderer-Daseins. Als die beiden Ende vergangenen Jahres erklärten, künftig getrennte Wege zu gehen, war das ein Schock für viele Fans des beliebten Paares. In der neuen Folge von «Goodbye Deutschland» am Freitag, 10. Februar um 21.10 Uhr bei Vox, sprechen die beiden so offen wie nie über ihre Beziehung. Peggy und er hätten sich viel gestritten, so Steff, der zugibt, dass seine Ex viel habe ertragen müssen. Das hätte kaum eine Frau der Welt mitgemacht, gibt der Auswanderer unumwunden zu. Peggy sei zwar eine »Wahnsinnsmutter«, doch, sie war jetzt nicht mehr eine Wahnsinnspartnerin. Steff Jerkel hofft, dass Trennung Peggy und ihn einander wieder näherbringt. Peggy selbst spricht von einer »tiefen Liebe«, die im Alltag jedoch an Romantik verloren habe. Während Steff mehr »das Leben genießen«, wollte, habe sie sich auf die gemeinsame Tochter und auf das Geschäft konzentriert. Ganz aufgeben wollen die beiden ihre Liebe dennoch nicht. In der Trennung liegt die Hoffnung, dass sie irgendwann doch wieder zueinander finden. Steff wünscht sich, dass eine räumliche und berufliche Trennung dazu führt, dass »das Feuer« dann wiederkommt. »Ich will, dass es brennt bei uns beiden wieder.« Die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback haben die beiden also nicht aufgegeben. Die ganze Geschichte können »Goodbye Deutschland« Fans am Freitagabend, 10. Februar, um 21.20 Uhr bei Vox sehen, oder bereits jetzt in der Mediathek RTL+. Wie sehr ihm die Trennung von Peggy wirklich zugesetzt hat, zeigte Steff Järkel erst kürzlich, als er sich mit Freunden total zulaufen ließ und sich im Suff schwer verletzte. Wie sehr winden Mount Wie sehr Wie sehr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020